Jetzt freue ich mich auf das Tagesgespräch mit Silvia Schenk von Transparency International. Einen schönen guten Tag nach Frankfurt am Main. Hallo, guten Tag. Frau Schenk, das ist ja eine eindrucksvolle Frau, die Loretta Lynch, die US-Justizsenatorin. Sie allein gegen den Sepp Blatter. Glauben Sie, das wird eine Erfolgsgeschichte für Frau Lynch? Im Moment geht es ja nicht gegen Sepp Blatter, im Moment geht es gegen Funktionäre, die im Kontinentalverband in Amerika gewählt wurden und als solche dann in die FIFA delegiert waren. Aber es ist natürlich wichtig, dass da jetzt ermittelt wird, dass dieser Skandal aufgedeckt wird. Sie sagen ganz richtig, da sollte man auch genauer trennen. Also es geht gegen sieben Top-Funktionäre, gegen die jetzt ermittelt wird. Es geht aber auch gegen Sepp Blatter, es geht aber auch gegen das System FIFA. Die stehen natürlich in der Kritik. Wie korrupt ist denn Ihrer Einsicht nach, Ihrem Anschein nach, das System der FIFA? Das System der FIFA ist schwierig zu bezeichnen, dass das nun als solches korrupt ist. Die FIFA hat ja in den vergangenen Jahren einiges an Reformschritten schon getan. Die ist dort weiter als viele andere internationale Sportverbände. Das Problem liegt in den Kontinentalverbänden und den einzelnen Nationen. Das Problem liegt aber auch in der Sportvermarktungsbranche. Das wird im Moment gerade immer unter den Tisch fallen gelassen. Es ging ja um Fernsehrechte, um Marketingrechte. Und zur Korruption gehören ja immer zwei Seiten. Eine, die das Geld gibt und andere, die das Schmiergeld einstreicht. Also das muss man sehr deutlich sehen. Und was das System FIFA als solches betrifft, sie haben 209 Mitgliedsländer. In vielen dieser Länder ist Korruption endemisch. Und wer dort Fußballverbandspräsident wird, das ist bestimmt keine integre Persönlichkeit oder nur in absoluten Ausnahmefällen. Und diese Personen sind dann die Delegierten der FIFA, genauso wie bei anderen Sportorganisationen dann auch. Heißt das im Umkehrschluss, weil ja unter den Verhafteten auch kein Deutscher ist, dass die Deutschen sauber sind? Also ich kann jetzt dem DFB und Herrn Niersbach und seinen Kollegen überhaupt nichts unterstellen und will das auch nicht. Ob wir 2006 die Weltmeisterschaft sauber bekommen haben, das allerdings kann man nicht ohne weiteres behaupten. Da hat es ja auch immer wieder Hinweise gegeben, dass dort auch nicht alles mit ganz rechten Dingen zugegangen ist. Aber das war in den 90er Jahren. Sie haben ja eben auch gesagt, da gehören immer zwei zu. Auf der einen Seite der FIFA-Funktionär, der vielleicht nimmt. Auf der anderen Seite der, der gibt. Und das sind vor allem die Sportrechtehändler, das sind aber auch die Sponsoren. Wie würden Sie die einordnen, einschätzen? Also bei den Sportrechtehändlern wissen wir ja seit langem, dass dort einiges im Argen liegt. Die ersten großen Skandale der FIFA, der sogenannte ISL-Skandal, ging ja um die Vermarktungsrechte, die Fernsehrechte in den 90er Jahren. Die ISL ging 2001 pleite. Sie hatte über 150 Millionen Dollar, meines Wissens, ungefähr an Sportfunktionäre weltweit gezahlt. Nicht nur im Fußball, in vielen anderen Sportarten ebenfalls. Also insofern ist dieser ganze Fernsehmarkt ein Teil des Problems. Und nochmal, es gibt immer zwei Seiten bei Bestechung. Und wenn man jetzt nur auf die FIFA und auf den Sport schaut, greift man zu kurz. Es ist ein Problem in der Wirtschaft, es ist ein Problem in der Politik, in ganz, ganz vielen Ländern. Wer könnte denn da jetzt aktiv werden, außer der US-Justizministerin, um dieses System zu säubern? Also dort, wo man Ansatzpunkte hat, um zu ermitteln, einen Anfangsverdacht kann und muss man ermitteln. Die Schweizer haben sich ja leider 2011 darum gedrückt, wegen der Vorwürfe, die es damals gab, zur Vergabe nach Russland und Katar der Weltmeisterschaften 2018 und 2022 Ermittlungen einzuleiten. Inzwischen haben sie Ermittlungen eingeleitet in der Schweiz. Das ist ein zweites Verfahren, das aktuell läuft. Das fußt wohl auf den Investigationen, die die FIFA selber in Auftrag gegeben hat, auf dem sogenannten Gassier-Report, den die FIFA weitergegeben hat an die Schweizer Behörden. Das könnte ein wichtiger weiterer Ansatzpunkt sein. Und ansonsten nicht alles, was wir landläufig als Korruption bezeichnen, ist immer strafrechtlich relevant. Insofern ist es wichtig, dass Sportverbände wie die FIFA ein eigenes Ermittlungssystem haben, eine Ethikkommission, die dann auch den Dingen nachgehen kann, die zwar Amtsmissbrauch sind, aber nicht strafrechtlich bedeutsam. Welche Rolle spielt denn in diesem Spiel dann Ihre Organisation, Transparency International? Wir haben ja vor vier Jahren mit der FIFA verhandelt. Wir hatten damals Reformvorschläge gemacht. Es waren zwei wesentliche Punkte. Das eine, dass wir gesagt haben, es muss eine unabhängige Untersuchung geben, von all den Vorwürfen, die damals im Raum standen, also die Vergangenheit wirklich so weit es geht aufzuklären. Dem ist leider damals nicht gefolgt worden. Der zweite Vorschlag, den wir gemacht haben, war ein umfassendes Compliance-Programm. Also wie kann man Transparenz, Verantwortlichkeit und Regeltreue für die Zukunft herstellen? Davon sind etliche Vorschläge verwirklicht worden seitens der FIFA, aber es ist bislang noch nicht konsequent umgesetzt. Wie erklären Sie sich eigentlich, dass Sepp Blatter so fest im Sattel sitzt? Er sollte zwar heute jetzt am Morgen eine Konferenz in Zürich eröffnen, eine FIFA-Medizinkonferenz. Er hat die jetzt abgesagt, also er geht im Moment auf Tauchstation. Aber er scheint recht fest im Sattel zu sitzen. Also ich höre, die Wiederwahl morgen scheint nicht besonders gefährdet zu sein. Wie erklären Sie sich das? Also ich glaube nicht, dass er auf Tauchstation geht, sondern dass er sich gründlich vorbereitet für die Kongresseröffnung, die ja wohl heute Nachmittag ansteht. Da muss er sicherlich eine sehr wichtige Rede halten aus seiner Sicht. Da ist dann der Medizinkongress nicht ganz so wichtig. Er sitzt fest im Sattel, weil zum Teil auch sehr unqualifizierte Angriffe, sehr pauschale Angriffe immer wieder aus Ländern wie UK und anderen Staaten, gerade in Europa, auch Amerika gekommen sind, wo man einfach pauschal sagt, alle afrikanischen Präsidenten sind bestechlich, wo Behauptungen aufgestellt werden, die dann nicht mit Fakten unterlegt werden. Und da hat Blatter dann sehr geschickt sich auf die Seite derjenigen gestellt, die so pauschal verdächtigt wurden. Es nutzt nichts, wenn wir undifferenziert diskutieren. Wir müssen sehr genau schauen, wo gibt es Nachweise und wo gibt es keine Nachweise. Dort, wo es welche gibt, ist gut, wenn ermittelt wird, ist gut, wenn verhaftet wird. Aber eine zu pauschale Kritik führt Blattern nur die Unterstützer aus anderen Kontinenten zu, die sich diskriminiert fühlen. Gibt es eigentlich auch Gute in diesem Spiel, die sich sozusagen an die Macht arbeiten, aber ich sag mal Ehre und Würde und das Gute im Menschen und das Nicht-Korrupte hochhalten? Die gibt es sicher. Die gibt es sogar innerhalb des Hauptquartiers der FIFA in Zürich. Die haben sehr viele sehr gute Leute in ihrer Belegschaft. Also da darf man jetzt nicht einfach alle sagen, die sind durch und durch korrupt. Das wäre völlig verkehrt. Es gibt natürlich auch unter den Funktionären saubere Leute. Was man sehen muss, es gibt wenige mit Zivilcourage, die offen auftreten, die Diskussionen führen. Da hat es in den vergangenen vier Jahren und eigentlich schon zuvor auch seitens der europäischen Verbände an einer Strategie gefehlt und am mutigen Auftreten. Also man kann so ein System, wenn man es denn so nennen will, nur ändern, indem man auf die wunden Punkte hinweist und sich vielleicht auch mal eine blutige Nase holt bei einer Kandidatur oder bei einem Redebeitrag. Wenn man das nicht macht, darf man sich nicht wundern, dass alle nur wunderschön immer so weitermachen. Ich danke Ihnen, Silvia Schenk war das von Transparency International und mit einem leidenschaftlichen Plädoyer für Zivilcourage. So verstehe ich das vor allem. Dankeschön. Einen schönen Tag nach Frankfurt. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020